Das ist die 24. Variation. Sie leitet das Ende ein. Ganz langsam gereiht in Beethoven, die Vollendung seiner Variationen. Dieser letzte Aufbruch ist Vollzärtigkeit. Keine Arroganz, kein Bedauern. Stattdessen eine behutsame Prozession hinein in ein unerforschtes Gebiet. Sein Können lässt ihm nicht im Stich. Es folgen noch neun Variationen. Aber, eh, der Großteil der Arbeit ist getan. Wie beginnt man loszulassen? 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 Die Vor Jeder테나? Wie beginnt man loszulassen?